Wie geht es um die 70 Jahrwochen Daniels und um eine Art der Auslegung, die zu besseren Ergebnissen führt als die bisher weit verbreitete Lesart? Die bisherige Lesart berechnet die 69 Jahrwochen ausgehend vom Jahr 445 v. Chr., nämlich von Ataxerxes bis zum triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem bzw. bis zu seiner Kreuzigung. Da die ersten Jahrwochen aber in zwei Fristen aufgeteilt sind, nämlich einmal in sieben Jahrwochen und einmal in 62 Jahrwochen, berechnen wir hier zwei Fristen ausgehend vom gleichen Datum, nämlich vom Jahr 605 v. Chr. Das ist nachweislich das Jahr, in dem Jeremia sein Kapitel 25 geschrieben hat, das Daniel in Daniel 9 liest. Also wird ausgehend vom Jahr 605 v. Chr. eine erste Frist von sieben Jahrwochen berechnet und die führt zu Kyros, dem Gesalten aus Jesaja 45. Neu ist, dass die zweite Frist von 62 Jahrwochen ebenfalls vom Jahr 605 v. Chr. ausgerechnet wird und zu Antiochus Epiphanes führt. Diese Art der Deutung wird im Clip im Detail erläutert. Es geht mir nicht darum, die Ausleger, die die althergebrachte Version vertreten, zu diskreditieren. Aber die Art ihrer Auslegung darf und muss hinterfragt werden, denn sie hat wesentliche Mängel. Es ist wichtig, die ersten Clips gesehen zu haben, um das hier Gezeigte zu verstehen. Also schaut euch bitte die ersten Clips an und dann kommt gerne wieder hierhin zurück und schaut euch dieses Video an. Dies vorausgeschickt wünsche ich allen Zuschauern Gottes Segen beim Anschauen des Videos und beim Nachprüfen an Gottes Wort. Das war's für heute.